hallo liebe freunde wir sind wir zurück im battlebox theater heute geht es mit kapitel 5 weiter und nun ist wieder dabei sozusagen wie immer kein plan ich habe jetzt auch keine ahnung es heißt das kapitel ich habe auch keine ahnung wie es jetzt hier los geht mal sehen und du mir hat mich gerade gefragt was ich denn nach dem live das trend spielen soll ja ein vorschlag war tatsächlich das interessant dass die dinge das auslösen können das glaube ich komplett neu es gab einfach die verstanden bisher noch nicht so waren nicht bevor ich bis dahin ja genau also ich bin jetzt gleich durch ich glaube gibt es ein geheimgang kommen wir hier und lachen unten durch wenn das ding kommt unter mir durch da ist kann ich nur sehr schlau mein vorschlag war darksiders und da hat es mir gesagt habe ich versucht zu vergleichen was es ist nicht dann da oben gezogen was ja ich würde ich werfen wollen und du mich also da geht es auf jeden fall weiter ich sollte mich auch konzentrieren wirbst du mich jetzt oder ich wollte ich werfen ich darf nicht auf dir drauf stehen dann bin ich hier bin ich komme ich komme nicht ja dann warte ich jetzt hier mal dann kommst du zu mir oder ja 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 wenn du nicht draufstehen dann würde ich da auch und der ton ist ein bisschen anstrengend heute irgendwie ist ganz schön laut moment mal umstellen das hätte du mal ab und ich erkläre dass ich noch nie gespielt habe ein problem ist ich habe schon auf minimum zu mich irgendwie lauter machen kleinen moment hatte ich bei mir auch so jetzt mal wieder da jetzt habe ich auch die lautstärke passend okay kein grad bei mir aber genau das ist noch nie der mccry gespielt und dabei ist darksiders habe ich gesagt ein deutlich einfacher ist der mccry verdammt jetzt habe ich das da reingeworfen mag aber ich könnte da spielen das wäre doch mal was kann man da rein eigentlich eigentlich wollte ich jetzt echt gerne mal mal was aktuelles spielen weil ich jetzt in letzter zeit ja immer so alte sachen nachgeholt habe und in die sachen gemacht habe aber eigentlich dark souls nehme ich mir jetzt schon bestimmt zeit fünf jahren und wann gibt es das spiel genau und mich hier wird auch wieder unten oh my god komme ich glaube ich nicht alleine hoch das ist aber hier aktiviert das ist moment moment ich schaffe das ich komme gleich hoch rechts oben irgendwas gesucht war ich noch nicht wird aber auch nicht weiß ich nicht wie kann sie das auch mich drauf theoretisch aber ich weiß nicht ob du darüber kommst und ansonsten weiß nicht wann dieses ding irgendwie mitnehmen kann soll muss das sieht ja rechts halt so prädestiniert dafür aus dass da noch irgendwas ist ja aber auch alleine nicht hoch ich habe nämlich diese tollen bubbles die du hast nicht und hier kommt man nicht auch ja ich weiß ich bin auf dem weg lieber da hoch und das ist schlöte einer rüber ist aber auch echt nicht wie man da dann weitermacht komisch also habe ich auch keine idee keine idee vielleicht kommen wir da später noch mal irgendwie hinweg doch wieder nichts aktuelles ansonsten hätte ich noch die vorschlag wo bis wo auf mein war das lauf 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 nicht muss ich laufen und wenn man geht immer drauf ich laufen muss auch nicht laufen oder ich war nicht total verpennt nein komm ich auch ganz schön also ich komme raus so aber ich glaube ich hätte gleich ich hätte gleich mitgemacht glaube ich jetzt wird es für mich alleine wird nämlich jetzt gerade gut aber wir haben nur noch drei sekunden das worauf meint ist noch ein sehr sehr gutes spiel allerdings ein schweres spiel also ist schwer im sinne von schwere thematik da geht es da geht es darum dass du sagen eine gruppe überlebende im krieg im kriegsgebiet irgendwie durchbringen muss und dann geht es auch darum zum beispiel bestießt du ober und opa im nachbarhaus mit die halt noch ein bisschen essen haben oder machst es nicht aber dann hast du als du hungerst oder deine gruppe solche sachen das finde ich ja an für sich extrem geil sowas aber nach life is strange auch mal nichts moralisches mehr du kannst es jetzt den edelstein mitnehmen könnte da oben hängt da habe ich gepennt aber life is strange hatte man schon so viele erfahrungen und ich fand das total toll aber so langsam reicht irgendwie aber wir sollen es leiten aber die idee dahinter okay aber ich zusehends komplizierte das spiel hier heißt dann zu sehen komplizierte meinst du sehen es kompliziert ach so dass man zu sehen komplizierte vork hat sagen das ist immer zu sehen kompliziert du musst da was freimachen damit ich rüberkommen unter der wenn es ist das glaube ich so gedacht aber ich weiß nicht was man das wollte besorgen da oben geht es auch nicht weiter wenn ich sicher wie man das woran kommt ehrlich gesagt da muss ich wahrscheinlich wieder reinwerfen oder räumen hoch hilf mir hoch da wollte ich auch hier oben weitermachen ach so entschuldigung ouch so nicht wir müssen abwarten den stein kannst du ich verlassen gerne neu ja das hatte ich vor das geht man nicht auf das wohl knall aber sie wieder werfen erst mal rüber werfen offensichtlich aber da komme ich doch nie und immerhin alleine weil ich hier vielleicht noch irgendwas machen ja dann bin ich mich hoch genug werfen oder so nehme ich wollte dich nehmen kann auch falsch verstehen was hast du mir jetzt gesagt kann man falsch nehmen ich gesagt habe ich getan ob wir manchmal alles haben weiß ich nicht nicht aufgepasst jedes mal wir kommen doch wäre nochmal zurückgekommen egal ich bin tatsächlich irgendwie so ein bisschen erstmal durch ohne ohne auf alle sachen kriegen zu achten ja ja genau und ich sollte aufhören mein spiel zu minimieren das ist echt nicht so günstig aber einfach durchlaufen ja überfordert mit einfach durchlaufen einfach mal komplizierter denken als scheiße habe so schon geholfen perfekt gemacht du musst da oben den stein runter holen glaube ich die zumindest für mich aus dadurch leiden ja 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 ist ja gut leichter gesagt weiß doch das ist immer so gerne so meinen kommentare abgeben ja deswegen machst du das jetzt auch so richtig schmeißen wie schmeiße ich noch gleich ja das jetzt auch mal und du machst es auch noch auf anheben ja hallo ich verarschen was gerade zweites mal und du machst das spiel einfach ohne mich ne und ich renne so gut oh äh falscher knopf gedrückt es hilft wo wenn man nicht da drauf springt ich wollte ich sagen wenn man links hoch springt aber dann habe ich mir dann auch nicht gemacht da geht es weiter du musst mich wieder auch ja ja nein hat gereicht wir sollten den ersten mal einsperren dann muss aber ich kann darauf machen aber muss in irgendjemand dahin locken dazu der rette orientiert sich gerade an dir irgendwie nicht noch mal auf nicht so schlimm hier runter geh runter geh runter geh runter geh runter jetzt geht es mir dazu egal dabei war das ohne nette idee mit dem einsperren und wir brauchen da unten auch das ding ja das wollte ich gerade machen kommt auch verdammt ich bin blöden telefon eingelaufen und dann machst du denn da nein dann kommt dieses blöde ding dann auch noch raus das wird bei uns zu mir jetzt nicht mehr jetzt bist du mir versuchst jetzt mal kann es einfach nach oben machen dann gibt es wahrscheinlich aufgesägt genau schön brauchen wir das teil ja nie aber den stein hinten dran nein lass doch offen haben wir ihn voll sehr gut einfach mal los schmeißen funktioniert doch hat funktioniert also jetzt behauptet man nicht hätte irgendwie falsch gemacht ah shit vergessen zu sliden weil du b drückst du dich x nein ich hab x gedrückt du hast gehauen x ist nicht x doch x ist auch hauen stimmt aber du musst zur seite drücken und x drücken du darfst nicht bloß x drücken ja dann geht es schaffst du es du hast mich mitgenommen kommt auch mal vor komm ich damit bis dahin bis komm ich mich nicht immer ich jetzt irgendwas machen beziehungsweise bist du ja eh schon da schon was gucken ob es irgendwie ein geheimgang gibt scheiße muss man nicht alles nachmachen ne also was nicht die guten sachen zum beispiel nicht die schlechten sachen so rum würde man machen ja jetzt so mit dem fass fest jetzt runter gekommen ah du meinst du es in den stein aber ja 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 ist es für mich ein fass natürlich zu diesem fass ähm komm mal her wir sollen aber da hoch ja jetzt musst du da hoch äh springen ja ja oh ich bin nicht bis das mich ertränkt nein ich war zu langsam sorry ich war zu langsam sorry ich war zu langsam immer mit der ruhe ich brauche dich glaube ich hier du musst das ding drauf ziehen was du da gerade vor dir hast nur so achso oh ähm ja 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 weil ich kann ja nicht springen vor dem ding ich komme ja nur just back ran entweder springst du von mir oder genau aber ich glaube wir hatten nicht wieder also wieder nicht alle so rum ne wir haben nicht alle mal eins übersehen aber ich sag mal so langsam wird es auch echt schwierig alle zu erwischen ja ja wir werden ja irgendwann zustand erreichen wo es wahrscheinlich gut ist wenn wir die erwischen und mit denen wir weiterkommen weiß nicht habe ich letztens nachgeguckt irgendwie acht kapitel gibt es ja irgendwie so und wir sind zum fünften ich würde dir gerne erzählen wo sie die jams setzen aber ich werde nicht gerne ja danke ähm jo was denn neue steine die verschwinden und wieder kommen ja die haben einen Rhythmus ja toll oh 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 ich fühle mit deinem Einklang an die Decke gehückt sind na gut wenn du das machst dann brauche ich ja nicht mehr ist hier unten noch irgendwas is das schmeißen oder so ich bin nimm ich mit komm schon du muss glaube ich auf das ding kommen ja wir haben müssen oder wir haben ein bisschen Zeit oder wir spielen jetzt schon gar nicht auf zeit die verschwinden übrigens weiter dieses komische ding drauf geht du musst heim ich stehe nur hier im moment ich habe gar nicht mehr gedrückt bei mir ich stehe bloß hier ich mache nichts ich mache das noch mal was macht das hier wenn ich das drücke nicht doof das gleiche wahrscheinlich gemeint wie soll man denn da durchkommen nicht nicht so wirklich ich komme nicht so weit gesleitet aber der ist die ganze zeit an aber dann muss ich doch irgendwie ausschalten wenn man da oben ist ja auch noch mal ein knopf also nicht so ganz wichtig dahin kommen soll ich gerne den smaragd da unten habe das nicht schafft man da unten immer runter bleibt man da ich kann nicht auf den anderen knopf da oben dann braucht das also aber das hier jetzt komme ich halt hier wieder raus wenn du da drauf bist im knopf aber ich kann trotzdem nicht da hinten und manchmal ich glaube ich habe nur eine lücke die man erwischen muss ja nicht die ich glaube ich nicht ran muss ich ehrlich sagen du kannst es gerne versuchen du müsstest wahrscheinlich dort genau so hin leiden dass du einmal aufstehen kannst du kurz weiter das leiden direkt deswegen du hast glaube ich nicht so viel spielraum wie du siehst du kommst ungefähr zur hälfte ziemlich genau wenn du vollen schwung hast wollte ich das jetzt aber auch nicht machen kann das ist echt schwer lassen wir frustblase das ist ja gerne bis es geschafft hat ja weil ich das uns beide umgebracht auch langweilig alleine zu sterben ich bitte dich ein gewisses rhythmuskühl raus da oben ist noch etwas versteckt naja ja ich kümmere mich darum moment kommt schon da drauf genau wie weiter nicht nur noch aus ok ich werde immer wieder zurückfliegt ah der ist da drauf moment es ist hier irgendwas dass das ding hier kann es nur hin und her schieben kann man damit kommt damit nicht wahr ich komme damit nicht raus ich kann nicht springen du hast geschafft sehr gut weiß auch nicht wirklich wie es gemacht habe aber ich lebe wirklich werfen beschafft das vielleicht wirklich irgendwie warte mal du musst du musst zurück ich gehe schon wir werden wir kommen ja nicht doch ich komme durch wo jetzt wirklich knopf und du holst 100 fetzen fliegt langsam kann ich auch was beitragen ja wohl gut irgendwie es gibt immer weniger das ist natürlich auch doof wenn man nicht mehr nicht mehr die drei findet zum freischalten sehr gut genau dann werden irgendwann keine auswahl mehr haben sondern wenn alle finden müssen so irgendwie nicht aber wir dürfen sind auch gar nicht lang da oben sind wir schweinchen ein schwein wirken diese kreiswäge da unten runter werfen oder war das hin tun für mich ja ich kann trotzdem nicht schwimmen werfen naja ich wollte noch kurz da noch irgendwas genau geteilt ist muss noch kurz warten müsste ja auch mitkommen sehr schön eine gute frage wahrscheinlich von unten irgendwie da ist nämlich so noch so ein moment machen aber dann mein schwein an die schwein kann nicht springen wieso ist denn hier kann das schwein nicht springen kannst du mal zu mir runter kommen weil ich glaube man muss von rechts an dran auch sein schwein verdammt da muss wieder hoch aber das schwein kann ja nicht springen schweine wenn du springst springst du vom schwein runter ja aber ich dachte man muss vielleicht von rechts dran irgendwie über die säure latschen geht nicht aber wir kommen hier mit dem schweinchen hier durch aber das ist doch blöd da oben ist doch das jetzt vielleicht von unten an das volk daran wenn jetzt die schweinchen weg sind aber vorher kommen wir gehen nicht ganz unten hin weil das schweinchen waren ich bin ich angesprungen nach kommen ja hier kommen wir noch zusammen oder ja ich komme machst du noch mal kurz auf ja doch vielleicht unten drunter durch ja ja doch unten ich wollte schwimmen schweinchen und dann müssen wir schon wieder abgeben ja nein ich bleibe hier macht du mal weiter bin tatsächlich dabei gewesen und dann haben du bist verkackt oh shit immer einfach während des spiels merkt was man hätte eigentlich tun sollen bist du kurz vorm sterben dann denkst du verkackt da muss mich auch werfen okay passt auch die kreiswäger auch wir müssen noch mal aufmachen einer muss gehen nicht dich beide zersägen ich wollte darüber springen und dann müssen wieder runter gegangen ich sterbe an die ganze zeit da unten weil ich mir so wie es wohl noch direkt wieder zersägen werde darf ich jetzt hier wieder rausspringen nicht ich darf ja nicht raus jetzt habe ich raus sehr gut schmeißen ja ja ist ja gut stellte mich drauf und springen hoch das geht auch der wird nur geholfen wo einer muss jetzt los ja ich würde würde es versuchen dürfen ich mal jetzt dankeschön runtergehen bin ich mit wir haben alle und sie ertränkt mich noch mal in denen sie mir auf den kopf springt war keine absicht aber ich möchte nicht sagen dass es mich nicht freut ja hat man auch gar nicht gemerkt du hast mich schon so oft absichtlich umgebracht ich bitte das habe ich noch nie getan das ist immer aus versehen ich bin leichter links gekommen und dann war plötzlich nicht mehr der schalter aktiv ja ja natürlich hüben tust du wenn ich nie tun bin ich gar nicht tun dann voll danke was was gar nichts getan ich habe nichts getan wo geht es nicht noch leben auch immer noch die gleiche stelle wie du und zwar ein bisschen besser als das wo ich lang gelaufen bin irgendwie habe ich was glaube ich habe das ding rausschalten müssen ja wahrscheinlich dass ich auch kommen kann. Nimm mich mit, nimm mich mit. Wolltest du jetzt sterben? Nee. Okay. Du musst drücken, du musst drücken. Ich muss auch da hin. Wir müssen beide da hin. Ist noch einer? Ja, weil wir zwei Leute sind. Sorry. Wir spielen nicht mehr auf Zeit, oder? Nein, machen wir nicht, aber... ach verdammt. Einschalten nicht. Das ist cool. Das ist schwer, aber cool. Du, 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 du. Ich hab's. Das ist nicht schwer, aber gut. Bisschen verwirrend, aber es funktioniert. Selbstsuchende, Raketen, Zielsuchende? Ja, die haben wir schon ein paar Mal. Wir haben guckt gerade. Ich will auf, ich will auf und zielen. Jetzt gab es aber wieder mehr Diamanten. Ja, das liegt irgendwie ein bisschen an den Leveln. Hat noch vorher schon, da gab es aber immer 6 oder 7. 5, ja. 4 war bis jetzt wirklich wenig. Ich dachte, es nimmt jetzt kontinuierlich ab, dass wir irgendwie mehr suchen müssen. Nee, hat's irgendwie nicht gemacht. Und wir haben ein halbes Kapitel geschafft. Yay! So gut? Ja, würde ich auch sagen. Wahrscheinlich am Ende der Folge, oder? Ja, ich würde sagen, dann geht's dann nächste Woche weiter. Wir sind soweit erstmal hier fertig. Wir machen dann die zweite Hälfte von Kapitel 5, war das jetzt? Dann müssen wir mal sehen, was mit Hattie passiert, weil wir retten ja gerade Hattie, heißt das Kapitel zumindest. Ja, und ihr könnt mal gerne bei mir in die Sektion schreiben, was ihr von Dark Souls haltet. Nein, schlagt ihr This War of Mine vor. Nein, 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 This War of Mine, das klingt gut, aber ich brauche jetzt erstmal leichte Koste irgendwie. Na gut, also dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, ciao.